Vom CIA-Agent zum Systemkritiker Philip A. G. war CIA-Agent von 1957 bis 1969. Seine Aufgaben waren die Destabilisierung und der Sturz von Regierungen, die der US-Regierung nicht genehm waren. Sein kritisches Erweckungserlebnis hatte er 1965 in einer Polizeizentrale in der Hauptstadt Montevideo in Uruguay. Dort erlebte er mit, wie ein politisch Verdächtigter gefoltert wurde. Als A. G. dagegen protestierte, stellten die Beamten einfach das Radio lauter, um die Schreie des Gefolterten vom Gebrüll des übertragenen Fußballspiels zu übertönen. Philip A. G. wurde schließlich zum Systemkritiker, als er feststellte, dass südamerikanische Militärdiktatoren und deren Killerkommandos von der CIA sowie der US-Regierung aktiv unterstützt wurden und die CIA weltweit für den Tod von Tausenden verantwortlich ist. Die CIA ist schließlich nichts anderes als die Geheimpolizei des amerikanischen Kapitalismus, die Tag und Nacht die politischen Dampbrüche zuschaufelt, damit die Aktionäre der in den armen Ländern operierenden US-Gesellschaften weiterhin Gewinne einstreichen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017